so meine freunde bin man es da am start für euch die machen die nächsten neuen booster packs auf und in letzter folge nicht so viel glück lief nicht so gut gucken ob es jetzt besser läuft 18 booster haben noch wie gesagt haben hullo altharia und mega galat la die ex sehr schön sehr sehr schön haben wir uns auch spielen auch mal gucken vielleicht haben auch glück vielleicht haben wir noch glück und können zu tun also aus den packs holen so im zweiten pack ist papinella gesagt das brauche ich online und ich habe es gezogen sehr schön haben sogar noch ein kindwurm und rasche da können wir sogar mega ein mega prudente kann sogar brutal und auch spielen nicht mehr so so kommen nur drei und octos als er nicht als holo aber als wir haben jetzt schon haben wir schon drei davon genau holo kindwurm haben wir das haben natürlich gekriegt das unschlecht so noch hier trache energie dorpelanergie so gut und bei dem wir schon vertauschen ich habe davon schon drei und fassers noob als extended art in holo freut dich doch naja ich mag fassers noob nicht so das ist das problem nicht so meins wieder zwei karten schwallboss und nochmal deoxys als holo diesmal haben wir jetzt immer als rare und als holo sehr schön so nummer sechs wieder zwei karten es geht mir doch meine ex da geht doch darf ich zwar jetzt auch zweimal aber da kann ich ja irgendwie davon weg tauschen das hat auch probieren und noch mal ziel kommen als holo warum nicht warum nicht nicht schlecht so die skater als holo doch 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 holo kraft ist richtig rahmen sehr schön richtig am zeichern team abgo team sehr schön also der und noch zwei schämen die ex full ort Geil. Geil, geil, geil. Und? Rechiram als Holo. Jetzt kommt das Glück. Du wirst sehen. In den letzten Karten haben wir übelst gute Picks drin. Das letzte Pack jetzt. Ne, das vorletzte. Nein. Eines kannst du noch. Ach ne, das letzte. Stimmt. Stimmt, das letzte Pack jetzt. Kindwurm-Holo. So schön ist das zweite, ne? Ne, das erste. Das ist egal. Du hast so noch Kindwurms. Achso. Vier Arctos. Naja. Muss bestimmt ein paar. Ist gut für'n Deck. Ist echt gut für'n Deck. Also für'n Deck. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir den letzten neuen Booster off und gucken, ob da was Gutes drin ist. Ich hoff's doch. Ich hoff's doch. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.